So, wir verlassen nun die Helme des Vierbundes und blicken nach Frankreich zu einem meiner Lieblingsstücke. Zwar ist das kein, streng genommen kein richtiger Helm, aber eine Stahlkalotte, die den Kopf schützen sollte. Und dieser erste, ja eher provisorische Kopfschutz, der aber tatsächlich schon Anfang 1915 von den Franzosen offiziell ausgegeben worden sind, war der erste richtige Stahlschutzhelm der Soldaten im Ersten Weltkrieg. Und die ist sehr unauffällig gestaltet, also die Stahlkalotte ist wirklich einfach wie ein kleiner Topf mit einem Riemen, mit einer Schnur um den Hals. Und die hat leider keinerlei Stempel, an der man irgendwie herausfinden könnte, wo sie produziert worden sind, wann sie produziert worden sind. Ich glaube, es gab auch nur eine Größe. Und das einzige, was man eben noch sieht, ist die Sammlernummer von dem Sammler, von dem wir diese Stahlkalotte auch mit übernommen haben. So, an sich ein sehr ungewöhnliches Stück für eine Stahlhelmsammlung. Aber dadurch, dass es im Prinzip das Erste war, was die Soldaten erhalten haben, hat es natürlich eine große historische Bedeutung. Und anders als alle anderen Helme sollte diese Stahlkalotte unter einem Filzhut getragen werden. Das erklärt vielleicht auch, warum sie unlackiert ist. Deswegen ist sie eben auch mit diesem Rost belegt. Die ist einfach gar nicht lackiert worden. Die war relativ blank. Wenn man sich alte Fotos anguckt, wo Soldaten diese Stahlkalotte tragen, dann sieht das immer ziemlich blank aus. Und das war auch kein Problem, weil das ja eigentlich unter der Filzkäpie getragen werden sollte. Was aber nicht so viele Soldaten letztendlich gemacht haben. Das Problem an diesem Stück ist nämlich, dass es einfach ein geschlossenes System ist und das direkt auf dem Schädel auf lag. Das heißt, im Winter war es extrem kalt, weil da direkt die Kälte von dem Metall auf den Kopf übertragen wurde. Im Sommer war es sehr heiß. Es gab überhaupt keine Belüftung. Es gab keinen Abstand zwischen der Haut und dem Metall. Deswegen war es, glaube ich, zu allen Jahreszeiten sehr unangenehm zu tragen. Und ich würde sagen, dass sie auch nur eine eingeschränkte Funktion hatte. Denn wenn das Metall einbeult, hier sieht man eine kleine Beule, dann würde sich diese Einbuchtung natürlich auch sofort auf den Kopf übertragen, was ich mir auch als sehr unangenehm vorstelle. Also die Schutzwirkung dürfte auch nicht besonders hoch gewesen sein. Vor allen Dingen, weil viele Soldaten diese Käpie, diese Kalotte sehr unangenehm fanden und dann über ihrer Filzkäpie getragen haben. Was natürlich die Schutzwirkung noch wesentlich verringerte. Es zeigte aber schon, dass ein Willen dazu da war, ein neues Ausstattungsmerkmal, also neue Ausstattung für die Soldaten herzustellen und auszugeben und dass auch der Bedarf da war, irgendeine Art von mentalischen Kopfschutz zu entwickeln. Deswegen finde ich dieses Stück sehr interessant und wenn Sie sich dafür noch stärker interessieren, das war auch unser Objekt des Monats im August 2017. Da haben wir dann noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Die erste Nation im Ersten Weltkrieg, die ihre Soldaten massenhaft mit Stahlhelm ausgestattet hat, war Frankreich und die hat sich für dieses Helmmodell entschieden, was völlig anders aussieht als der spätere deutsche Entwurf. Und zwar ist der Adrian-Helm, der nicht nach der Fabrik, wo er hergestellt wurde, benannt wurde, sondern nach seinem Erfinder, aus vier Hauptteilen gefertigt. Einmal der Helm Korpus, der vorderen Tinterschirm, der hier in der Mitte verbunden wird und dazu der Kamm auf der oberen Seite. Zusätzlich kamen natürlich dann noch andere Ausstattungsteile wie das Emblem vorne, Kinnriemen, Innenausstattung und so weiter, aber grundsätzlich unterscheidet sich der deutsche und der französische Helm Entwurf schon daraus, dass der französische eben wesentlich mehr Teile benötigte, um den Hauptkorpus erst mal herzustellen. Er ist also eigentlich auch wesentlich aufwendiger herzustellen als der deutsche, was dann verwunderlich ist, dass es von diesem Adrian-Helm wesentlich mehr gibt. Es wurden wesentlich mehr davon produziert. Der markante Kamm des Adrian. Adrian ist eigentlich mehr Tradition als Funktion, wobei er praktischerweise auch Lüftungslöcher, die darunter sind, verbirgt und vor Regen schützt. Also er hat eigentlich auch noch eine weitere Funktion. Dieser Adrian ist das Modell 1915, also ein frühes Modell und trägt das Emblem der Artillerie, also eine flammende Granate mit gekreuzten Kanonen. Wie man hier schon sehen kann, das Emblem ist relativ locker angebracht und es fällt auch gerne ab. Das heißt, bei Adrian-Helm muss man dann eben aufpassen, ob tatsächlich vorne das richtige Helmemblem noch drauf ist. Hier bin ich mir ziemlich sicher, dass das der Fall ist, weil erst mal die Farbe sehr gut passt. Das muss aber nicht zwingend der Fall sein, weil manchmal auch Embleme und Helme unterschiedlichen Werkstätten hergestellt wurden. Aber hier sieht man eben sehr schön den Rand um das Emblem herum. Also es sieht danach aus, dass der schon sehr lange in der Form zusammengesetzt vorhanden ist und häufig sieht man bei nachträglichen Ergänzungen eben, dass sie relativ frisch zusammen sind. Also die Kanten, wo eigentlich sich Dreck sammeln sollte über die Jahrzehnte oder nach 100 Jahren, sind zu sauber. Und dadurch, dass man hier eben diese Kante sehen kann, würde ich sagen, dass das kein besonderer Helm ist, aber doch ein sehr schön vollständiger Helm. Was bei Adrian-Helmen auch oft auffällt, wenn man sie von außen anguckt, ist, dass sie relativ häufig Beulen aufweisen. Das liegt daran, dass sie wesentlich dünner waren und auch aus einem anderen Metall bestanden haben als der deutsche Stahlhelm und dadurch dann auch leichter einbeuten. Sie hatten eben auch eine geringere Schutzwirkung als die deutschen Stahlhelme. Auffällig ist auch die Farbe. Das ist das typische Horizontblau der Franzosen, von dem aber allerdings einige Abwandlungen existieren. Also es gab nicht das eine Horizontblau, sondern je nachdem, wo er hergestellt wurde oder ob er vielleicht auch später feldmäßig instand gesetzt wurde, gab es immer mal wieder ein paar Schattierungen. Und man kann anhand der Farbschattierung auch vielleicht Rückschlüsse auf die Fabrik ziehen, in der sie hergestellt wurden. Zum Beispiel sind die Helme von der Firma Chappie, wird es glaube ich ausgesprochen, etwas heller und etwas glänzender als diese Version hier. Die verschiedenen Blautöne des Adriens sind eine ganz eigene Geschichte. Der ist auch nicht bis zum Ende des Krieges blau geblieben, sondern später 1918 haben die Franzosen dann stattdessen auf ein Senfbraun gewechselt, was natürlich eine wesentlich bessere Tarnwirkung hat als so ein schönes Horizontblau. Wenn man sich das Innere anschaut, ist hier noch der Original Kinnriemen dran, leider auf einer Seite ausgerissen, aber immerhin ist er noch da. Und es ist die Original Schiebeschnalle, die noch dran ist, in der Mannschaftsausführung. Die Offiziere hatten oft einen geflochtenen Kinnriemen, daran kann man wieder Offizier und Mannschaft unterscheiden. Und die Offiziere müssen es eben selbst beschaffen, deswegen war da ein anderer dran. Außerdem hat der Helm noch die erste Innenausstattung aus einem Lederstück. Also hier wurde ein großes Stück Leder aufgelegt und das Innenfutter wurde ausgestanzt. Hier ist die eine Naht und an den weiteren Ecken sieht man keine Nähte. Später ist man dann dazu übergegangen, die einzelnen Schlaufen von dem Helmfutter einzeln auszuschneiden und dann zusammen zu nähen, was natürlich Leder gespart hat. Ja, die Innenausstattung ist insgesamt an vier Klammern befestigt, an einem gewählten Blechring, der zusätzlich Belüftung ermöglichen sollte und ist mit einem roten Textil hinterlegt. Was bei dem Helm auffällig ist, ist eben auch, dass das Helmfutter nicht sehr fest mit dem Helm verbunden ist. Das hat den Nachteil, dass es manchmal verloren geht, aber bei einer feldmäßigen Instandsetzung hat es natürlich den Vorteil, dass man das relativ schnell wechseln konnte. Es gibt im Inneren des Helmes im Dom einige Stempel, die man sehen kann und man kann auch, ich meine, das ist hier drunter, den Herstellerstempel erkennen. Das ist ein großer Anker und das weist auf den Hersteller Kompanie Kolonial hin. Ja, es gab sehr viele unterschiedliche Hersteller von diesen Adrian Helmen und bei Kompanie Kolonial ist eben die Farbe des Adrians relativ matt und dunkel. Ja, also insgesamt jetzt vielleicht nicht das absolut seltenste Sammlerstück, aber ein insgesamt sehr schön stimmiger, zusammenpassender Helm, also auch ein schönes Stück unserer Sammlung. Helm, also ein schönes Stück unserer Sammlung. Untertitelung des ZDF, 2020